Musik So, die Vorbereitung hat begonnen, die Sommerpause ist beendet. Wir möchten euch die ersten drei Vorbereitungsspiele hier ganz kurz vorstellen. Und zwar spielen wir am Freitag, am 21. Juli zu Hause gegen die Landesklassevertretung des VfB Weißwasser. 18.30 Uhr ist am Freitag ein Stoß. Musik Und einen Tag später sind wir am Sonnabend, am 22. Juli um 16 Uhr beim LSV Spree zu Gast. Und wer sich erinnern kann, wir sind ja vor genau zwölf Jahren in die Kreis-Oberliga, aus der Kreisliga aufgestiegen. Und da war unser erstes Auswärtsspiel damals beim LSV am Max in Spree. Und nach 2-0 Rückstallen haben wir noch 2-2 gespielt. Das war der erste geiler Erfolg damals in der Kreis-Oberliga. Also am Sonnabend, am 22. Juli um 16 Uhr bei unseren Freunden in Spree. Wird es immer sehr gemütlich und sehr familiär. Musik Und drei Tage später, am Dienstag, am 25. Juli, empfangen wir um 18.30 Uhr die Dea Wölfe bei uns zu Hause. Das ist das dritte Vorbereitungsspiel, was wir vorstellen wollten. Am Dienstag 18.30 Uhr gegen die Wölfe. Ja, und da freuen wir uns schon auf Freitag, am 22. gegen den VfB Weißwasser zu Hause. Und da grüßen wir heute hier von hier. Wo sind wir denn hier? Können wir mal raten? Und wer vielleicht da rät, schreibt uns an die bekannten Adressen. Da gibt es natürlich was zu gewinnen. Sport frei und erstmal bis Freitag. Musik 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 Musik